Alter, gibt's nur noch Missionen bei dem scheiß Typen? Das Treffen bei Salvatore. Salvatore! Dann werden wir alle zusammen mit dem Bossen fahren. Die Triads, die wissen nicht, wann zu stoppen. Sie wollen eine Krieg? Sie haben eine Krieg. Jetzt gehen wir! Hm... Wenn sie wollen Krieg, dann kriegen sie Krieg. Sorry. Ich weiß gar nicht, warum es hier keine First Person Sicht gibt. Das regt mich schon irgendwie manchmal auf. Ich könnte besser aus First Person schießen. Guck mal, geh mal das Auto, geh mal das Auto, geh mal, geh mal, warte, warte! Hallo! Wie sprintet man hier eigentlich? Äh... Oh, das war schießen. Okay. Ohohohohoho, Limousine! Äh... Was hat der denn unter Laufs für ein geiles Buggy stehen? Ist immer geil. Die geile Limous. Ich soll fahren? Natürlich! Boah... Wir dürfen das nicht kaputt machen. Glaub ich. Also, es ist rot. Das werden wohl die langweiligsten Sekunden... Nein, natürlich fahren wir nicht so scheiße rum. Komm, wir fahren hier mal ein bisschen schneller. Ein bisschen Speed reinlegen. Die Limousine packt ja nicht viel. Wir sollten trotzdem aufpassen, weil ich hab... Angst, dass wenn wir einen Unfall bauen, dass wir dann sofort Mission fehlgeschlagen werden. Es wird wieder auf uns geschossen. Wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Spring voll mit dem Kopf in die Wand. Um zu schießen, Neophons? War weiter. Nein. Äh, nee, es ist zwölf. Nee, elf. Elf. Echt vor 30. Flach-flach-flach-flach-flach-flach-back. Lauf halt noch langsamer. Spast. Mann, diese Mission ist sooo aufregend. Ah, ha, ha. Knapp. Dies Dredd, Schlimmo. Ja, sorry, lauf halt nicht da rum, einfach so, ohne nach links und rechts zu schauen. Mann, in Amerika kennt niemand was von Verkehrsordnern oder Regeln oder irgendwas. Niemand. Da kommt der Chef, der mir den Auftrag gegeben hat. Mann, ist der dick. Holy shit, holy what the fuck, ah scheiße, es war ein Hinterhalt. Hinterhalt, Hinterhalt, ahaha, wir können nicht schneller fahren. Mann, wir sind langsamer als die LKWs, was ist hier los? Oh Gott, oh Gott, lasst uns, ah, fuck, oh scheiße, die Einfahrt ist blockiert. Ach, du scheiße. Heilige. Nein, da explodiert gerade alles. Ja, hier wird die Einfahrt blockiert, was zum... heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Selbstmord. 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 Was war das denn, wieso war hier zu und alles und... what the fuck? Oh man, was war das denn für ne Mission? Gott, damit hatte ich jetzt nie gerechnet, also gar nicht. Überhaupt nicht gerechnet. ich kann ja nicht mal rechnen weiß man ja aus manchen adventure maps es ist einfach nicht mehr schön straßensperre dann brennt das auto gleich ab voll fail und sprung alter scheiße laterne ja wenn wir schon lauf schneller hier holger ich fühle mich scheiße wegen der mission gerade eben die bombe sind nicht statisch sind echt wieso müssen wir die eigentlich in chronologischer reihenfolge holen und vielleicht fahren wir nicht direkt hin sondern ein bisschen im kreis und da kommt er der lappen lauf halt noch langsamer wieso habe ich eigentlich keinen frack an how you doing ich fühle mich echt scheiße weil ich immer menschen überfall oh mein gott oh mein gott what ahhh kurve und es ist gar nicht weit bis nach der oben aber dann kommen so viele auf einmal die müssen wir dann erstmal irgendwie abhängen irgendwie und wieso kommen die genau bei ihm macht so keinen sinn ok ähm es kommt drauf an wo die von hinten kommt einer und von der seite und wir fahren erstmal ein bisschen im kreis damit wir uns ein bisschen in ruhe lassen vielleicht hängen wir sie ab haben wir sie abgehangen ich würde mal gerne rückwärts schauen und ich weiß gerade gar nicht wie es geht ich weiß aber dass es geht v x y nö sind die jetzt weg mhm ich hoffe die sind jetzt weg ich hoffe es einfach mal es wäre aber zu einfach wenn man einfach nur rumfahren müsste was war das denn wieder mhm ich wette es ist noch einmal zu oder hm tsch 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 oh scheiße jetzt sind die natürlich auch wieder da Alter wieso fahren die immer in LKWs ey nein oh verdammt wieso die Mission ist viel zu schwer du kommst dahin so kriegst du auf die Fresse und dann noch mit so einem Auto können wir nicht umsteigen irgendwie wir können doch auf dieses scheiße pfeifen und irgendein anderes gehen so die s mhm wieso mhm wieso 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 Nee, ich weiß nicht. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Nee, also ich glaub, ich werd gleich ne Aufnahmepause machen. Oh fuck! Ja. Ja. Aufnahmepause. Ich hab jetzt einen Platz. Aufnahmepause. Ja. 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 Ich fühl mich wirklich scheiße. Ganz herrlich. Oh scheiß, wir haben immer noch zwei Veränderungslevel. Mir wäre es nicht schon reich, dass uns diese scheiß Triaden verfolgen. Nein. Komm, wir machen uns einen Veränderungslevel jetzt weg. Können wir das Auto eigentlich reparieren gehen? Hm. Oh, oh, oh. Och, komm. Dann gehen wir es halt reparieren. Hoffentlich passt es rein, weil es ja so lange ist. Ja.